Ja, sehr schön. Alex! Zack! Ich war halb mehr weit. Gib den Pass, oben, genau. Gegen Chelsea sollte eigentlich leichter werden, eigentlich. Aber die haben schnelle Leute nach vorne, das heißt es. Weißt du, was das jetzt mal passiert ist, als du gesagt hast, es wird leicht? Oder als du gesagt hast, wir haben einen schwächeren Gegner. Da haben wir verloren. Ja. Ja, und? Du sagst sowas nicht. Das ist der Aberglaube hier. Wunderschön. Liebliche Töne, die du von dir lustest. Unten, 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 unten. Genau. Bämst! Nein! Wieso nimmt er ihn an und schießt nicht? Oh mein Gott! Du musst schneller reagieren. Du musst schon schießen drücken fast. Meine Imitation von Italienisch ist irgendwie rassistisch. Aber... Ah, dann spiele ich kurz. Der hätte der Pass schon kommen können. Komm, hol ihn dir wieder. Hehehe. Football. Cool. Ja, war so nicht ganz geplant. Der Schuss war irgendwie ein wenig... Nichts zu machen. Genau da. Wow! Der Schuss war ja wirklich geil. Wie geil. Absolut. Nimm lieber den einen weiter hinten. Nimm lieber den einen weiter hinten. Egal. Passt schon. Hat sich zerlegt. Ups. Das war ein Fehler von mir. Der sollte nämlich auch nicht mit Hacke spielen. Das war nicht die Idee dahin. Ja. Nein! Nein! Oh mein Gott. Es ist ja klar, dass du mal irgendwann lang kommst. Ja. Ah, schön. Wunderbar. Ja. Danke! Kann man was mit anfangen. Okay, du weißt wohin? In die Mitte. Ja. Nicht in diese Mitte. Nicht in diese. Werden halt rausgeholt, dann wird's schwer. Aber jetzt wissen wir, dass er ihn rausholt. Also spiele ich ihn einen Ticken weiter nach hinten, dann kommt der Torhüter mit. Immer holt er ihn raus. Oh shit. Ganz oben. Na, doch nicht. Oh mein Gott. Der war geil. Sauber getroffen, muss ich sagen. Wunderschön oben rein ins lange Eck. Ja. 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 recht gut ha 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 den schaut er sich auch zehnmal an ja, er springt aber klar komm lauf mit, lauf mit, lauf mit den hol ich mir wieder nein, aber er schießt ihn raus warte, 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 warte ja, er muss eh warten, ok warten, 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 nein, warten da muss noch mal ein Pass kommen in die Mitte, in so eine Lücke rein ich versuche die Tore zu schießen so wird's nix na, der war nicht gut oh nein der war sauber der war sauber schön geh ran, geh ran, geh ran so, passend direkt ok, lauf oh, das ist auch in Ordnung war geplant, war geplant natürlich das war gut, trotz allem direkt passend ja, fast, ne und schöne, liebliche Töne, die du von dir gibst zum Glück ist er in die falsche Richtung unterwegs und ist noch abseits warte noch, warte noch, warte noch, warte noch oder nicht, nein mach irgendwas, was intelligent ist du siehst es besser im Moment ja, okay das war so geplant natürlich das auch, ne das auch ja, damit wir jetzt angreifen können ja ja, ja alles noch in meinem Planungsbereich ja das muss so laufen siehst du, jetzt dreht dich extra vorbei siehst du, damit du den Ball hast natürlich krass, krass, los, mach irgendwas cooles außer sowas haha ich war doch schon dran eigentlich dämlicher Spieler wenn den Ball einfach nicht haben will das war gut gemacht das war nicht gut ganz oben, ganz oben Ronaldo, Ronaldo, genau da los, mach was draus, mach was draus ey komm, was ist das ich mein, sorry das tritt mir voll auf den Schlappen wir spielen zurück zum Torhüter ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig nein, du hast doch alle Zeit gewählt ja, hatten wir schon mal und dann hat er ihn reingemacht was ist das noch nein aber dann war es irgendein Fehler von dir ja jetzt der Pass wurde auch nicht das war Absicht genau das war gut komm 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 Bill, du verdammter Affe wie kann man den bitte nicht machen was soll ich denn noch drücken der ist doch davor das kann nicht sein das kann nicht sein dass der andere Verteidiger da noch dazwischen kommt so, wir spielen jetzt etwas weiter nach außen ah, diesmal kommt er nicht mit aber diesmal sind zumindest wir drangekommen scheiße, eins nur hinten, Alter was macht Bill denn da das hätte anders aussehen müssen das hätte anders aussehen müssen zumindest ohne entschieden wäre gerechtfertigt aber besser sind die auch nicht das war halt ein genialer Schuss ein genialer Schuss mehr als wir ja, das kommt schon hin mit zurücklaufen nicht hinten verteidigen und rumstehen und auch den Weihnachtsmann warten kick ihn weg da ist gut genau da nein das war anders geplant der hat es aber genau gesehen was ich vorher das bedeutet spiel lesen ganz einfach die sind besser als die vorhin weg mit gut, gut, gut mitten rein genau jetzt dann kann ich nur noch direkt abschließen oh, jetzt bist du dran shit okay, alles gut den hat der To-Hüter geht rein das hier fällt nicht das hier fällt nicht äh, der Pass war schlecht unten genau ist gut trotzdem gut noch ach shit okay okay wow geil gehalten aber ja komm 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 da kommst du dran genau das oh 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 scheiße oben bleiben oh oh gut dass du ihn oben gedeckt hast ansonsten wären wir halt am Arsch gewesen und jetzt such dir was aus Oh, nein. Ja, passt mal schlecht von mir. Komm schon. Hoppala. Da hat es mir ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Oh, scheiße. Oh, je. Wunderschön liebliche Töne, die du immer wieder von dir gibst. Vielen Dank, das sind die Kröten. Jetzt haben wir jetzt bei euch auch so schönes Wetter. Am Arsch. Echt nicht? Hm, grauenhaft. Oh, deswegen sitzt du drin. Ich dachte schon, wir müssen uns beide schämen. Bei uns sind halt irgendwie 14 Grad und Sonne. Bei uns sind halt irgendwie so 4 Grad und bewölkt. Und ein bisschen Schneeregen. Oh, schön. Ja, wunderbar. Aber am Freitag gibt es schon 22. Okay, aber gibt es auch Freitag am meisten. Ich weiß nicht, wie viel. So um die 17. Ich habe vorhin nachgeschaut. Okay. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, dranbleiben. Ja, wunderbar. Geklärt hat er ihn. Irgendwie bist du schon. Sie hatten wieder weit spielend. Gut. Ronaldo wieder. Und jetzt direkt passend. Genau. Ronaldo im Kopfballduell kann man nicht besiegen. Sehr soon. Sehr soon hast du es gemacht. Und direkt zu Ronaldo. War der Plan. Oh je, Alter, was war das für eine Scheiße. Oh fuck, Kassias, bitte. Gott sei Dank. Auf jeden Fall weit. Genau. Ja, ja, lauf, lauf, lauf. Und jetzt mittig rein. Oh fuck. Oh mein Gott. Wie ist das möglich? Was soll das werden? Ich weiß es nicht. Einfach wieder zurück. Ja, und raus, du wieder rein. Warte mal, ich mache mal gleich noch einen kurzen Wechsel. Sobald wir einen Ball haben. So, jetzt. Und zwar würde ich gerne Motich draushauen. Der ist zwar gut, aber der hat eine gelbe. Es ist schwierig, mit dem ein bisschen zu spielen, finde ich. Genau, so ist es aus. Ja. Ich habe schon noch weiter gedrückt. Die machen anscheinend auch noch irgendwas. Puh, okay. Okay. Ich habe richtig Hunger irgendwie. Ich glaube, ich werde mir noch eine Pizza aufbacken oder so gleich. Auf Pizza habe ich keinen Bock. Habe ich gestern von Smiley's. Unglaublich. So wählerisch. Nimm das, was du kriegst und fertig ist. Weiter geht's. Ganz unten, Ronaldo. Schade ist absolut. So gute Töne. Kann man direkt wechseln, ist auch nicht so schlecht. Was meine Nachbarn will denken. Das übliche. Dein Freund ist wieder zu Besuch. Genau da. Genau, das will ich sehen. Verdammte Scheiße, das will ich nicht sehen. Oh, da haben sie dich aber. Ja, aber leider ist es zwar von mir. Oh, was? Was? Ich bin da reingegangen. Ich glaube, even possible. Nicht so viel grätschen. Mehr Ball holen. So? Passt? Ja, weniger Ball hergeben. Mehr Ball behalten. Ja, wir haben noch sieben Spielminuten, ne? Ja, ja. Ring dich an. Ah, locker. Jetzt machen wir jetzt kaum. Locker, sagt er da. Locker, sagt er da. Das wird nicht locker. Komm schon, du musst den Pass sehen. Du musst ihn sehen, dass da unten... Hast du den Radar nicht, Anne? Also Spielradar. Nee. Musst du ab ihm machen, Alter. Doch, hab ich. Du musst sehen, dass da Ronaldo läuft. Und dann langen Pass unten rein. Da rechnet kein Schwein mit. Ach, leckt mich doch am Arsch. Scheiße, ey. Fuck. Jetzt bin ich mal schuld. Du bist trotzdem lustig. Ja, haha. Los, komm. Gebehr. Gebehr, der Fall. Ich stehe auf Offensiv rum. Das war halt ein Mega-Fade von mir. Vielleicht noch ein Ehrentreffer. Okay. Klank ihn rein und ich versuche ihn mitzuholen. Oder schieß drauf. Aber ich weiß nicht, ob du das gescheit kannst. Das wird drüber gehen. Ja, oder gar nichts. Scheiße. Alter, dann wird er jetzt nicht auf Zeit, oder? Mein Sorry, aber... Bei 2-0. In der 90. Bei uns beiden als Gegner. Richtig so. Da hast du Lust auf Battlefield. Oh, können wir schon noch machen. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ach, komm. Ist doch ein Scherz, oder? Der spielt halt echt auf Zeit, das glaubst du nicht. Wer spielt in so einem Moment auf Zeit? Oh, die. Allgemein finde ich das mega nervig, wenn Leute auf Zeit spielen. Das macht einfach keinen Spaß, finde ich. Unten, ganz unten. Ganz unten. Ja, er drückt nicht. Er drückt nicht? Was? Er schießt. Ich drücke, aber er schießt nicht. Ich hab auch so das Gefühl, er drückt nicht. So, vorbei. Ja, steht. Bisschen bitter. Scheiße. Ach man, das ist doch nicht, Mann. Ja, ja. Ja, sechs Punkte haben wir schon mal. Ist gar nicht mal so schlecht, auch wenn das letzte jetzt hätte anders ausgehen müssen. Boah, der hatte zwei Schüsse aufs Tor, Alter. Hat er genutzt, würde ich sagen. Ja, er hat hundertprozentige Schossen aushältet. Ist doch auch nicht so schlecht.